Hey, im Video heute will ich euch 5 Boosts vorstellen, die ihr so noch nicht kennt, die teilweise interessant sind, aber auch teilweise sehr sehr dumm sind. Auf Platz 5 haben wir den Boost Weihnachtszeit. Der ist jetzt gar nicht so besonders, aber ich finde der Effekt sieht ultra komisch aus, gerade wenn man das von hinten verfolgt. Ist jetzt nicht der spannendste Boost, aber ich hab den vorher noch nie im Spiel gesehen. Auf Platz 4 haben wir einen Boost, den könnt ihr gar nicht mehr kriegen, den kann ich auch nicht mehr kriegen. Den gab es nämlich nur damals im Jahr, ich glaube 2015, 2016, zur zweiten Season von Rocket League. Und wenn du Champion warst diese Season, dann gab es diesen Boost und ich finde der sieht übertrieben cool aus. Auf Platz 3 haben wir Tacos. Da kann man nichts mehr zusagen. Ist ein Boost, der schmeißt Tacos raus. Auf Platz 2 haben wir den Boost Nachtschrecken. Einen der unterschätztesten Boosts, wenn es darum geht, schöne Boosts zu haben. Denn dieser Boost, der spawnt kleine Geiste. Das sieht aus nach Seifenblasen, aber es sind Geiste, die er bespört. Und auf Platz 1, der 5 Boosts, den ihr noch nicht kennt. Gurken. Dieser Boost spawnt Essiggurken. Untertitelung. BR 2018